Hallo und sei ganz herzlich willkommen zur nächsten Folge von dem Pokémon Turnier. In dieser Folge wollen wir Messbrett im Autofight testen. Miloetta haben wir ja schon getestet und es sah nicht ganz so gut aus. Leider, leider. Es hat ein Kampf gewonnen, zwei verloren und insgesamt werde ich das als sieben Pokémon verloren. Ist also eher kontraproduktiv für den Autokampf. Aber jetzt schauen wir doch einfach mal, wie sich unser liebes Messbrett zuschlägt. Dafür starten wir doch direkt. Wunderbar. Das hier wird schwer, denn hier haben wir auch ein Psychoteam. Das wird hier eine harte Zerreißprobe für unser Messbrett. Aber hier will ich jetzt mal... Pum, pum, pum. Kiere testen. Einfach mal just for fun. Und hier bleibt es das Kührendteam. Alles klar. Können wir doch mal. Das Problem an den Autofights ist immer, dass die KI zwar in gewisser Weise so eingestellt ist, das Richtige zu tun. Also ich sage jetzt mal, immer die Ultis einzusetzen und auch immer den anzugreifen, wohingegen man gut ist. Also wenn der Attacke, also ich als Wasserattacke, dann greift man das Feuer-Pokémon an. Doch die KI rafft zum Beispiel nicht, wenn es dieses Feuer-Pokémon Grodon ist und setzt seine Fähigkeit ein. Da rafft die KI nicht, dass die Wasserattacken sinnbefreit sind oder gar keinen Schaden machen aufgrund von Grodon. Und das ist eben auch ein Problem. Hier zum Beispiel ist jetzt alles noch in Ordnung. Das war nämlich meine Befürchtung vom Messbrett. Denn eigentlich könnten Deoxys und Lele ja in jeder Runde die Ulti einsetzen. Und deswegen hatte ich davor Angst. Aber bis jetzt sieht alles noch gut aus. Okay, das hier ist einfach ein sehr, sehr ausgeglichener Kampf. Lele, Lele, Deoxys, Deoxys, Messbrett, Messbrett. Der einzige Unterschied, er hat einen Attacker-Deoxys und ich habe einen Speed-Deoxys. Äh, ne, er hat einen Speed-Deoxys und ich habe einen Attacker. So rum. Das ist der einzige Unterschied. Und vielleicht natürlich auch ein bisschen die Werte. Aber ich finde es cool, dass wir die Roten leben haben. Mir ist noch nie aufgefallen, dass einer Rot und einer Grün hat. Aber der erste Kampf ist gewonnen. War ein schönes Team. War auch vor allem cool, weil es war wie dieses Mirror Mage, wo man so im Spiegel-Kampf ist. Finde ich cool. Okay, der hat allgemein keinen Bock mehr. Alles klar. So, starten wir. Wartet, ich wollte mir hier nur schnell was umändern. Und zwar hier unten. Komm jetzt mal Arzels mit rein. So, Messbrett. Win. One. Aber auch kein Pokémon verloren. Alles gut. Also man sieht jetzt schon mal, dass vielleicht das liebe Messbrett größere Chancen hat als, ähm, als das liebe Miluetta. Vom Autofight her. Und das bringt das auf alle Fälle schon mal richtig weit. Du kommst in die Mitte. Oh. Okay, wie das mein Team? Oh, gegen ein Boden-Team. Obwohl, ja, hä? Wir haben hier unter anderem Stahlers mit Ground und Regirac und Rock. Und... Sehr interessantes Team. Zum Typ überhaupt nicht zusammenfassend. Natürlich die Verteidigung ist ganz gut bei Gus Lord, auch mit der Ulti. Da bin ich jetzt gespannt. Da bin ich sehr gespannt. Ich frag mich, ob die KI überhaupt die Ultis einsetzt, wenn noch nicht die Ulti ready ist. Aber momentan, oder im letzten Kampf haben wir ja gesehen, es setzt nicht die Ulti ein. Da ist sonst... Ding, ding. Da ist sonst hier Messbrett gehen können wieder. Ah, jetzt hat es zum Beispiel eingesetzt. Finde ich interessant. Also setzt es... Sei jetzt mal clever ein. Und das finde ich gut. Und sonst könnte es auch einfach in jeder Runde die Ulti zünden. Und... Irgendwann wäre dann Messbrett down. Aber das macht es nicht. Das finde ich super. Hier auch beispielsweise wieder. Wenn ich mal die eigene Ulti setze, einmal dann würde Messbrett auch drauf gehen. Und das finde ich super. Aber finde ich gut gemacht. Leider hier, wie man gesehen hat, er hätte vielleicht sogar Tapu Lele helfen können. Also beim Überleben helfen können. So, jetzt würde ich mal raten, Gas zu geben. Der gleiche ist Deoxys auch noch down. Und dann verlieren wir den Kampf. Was man deutlich sehen kann im Autokampf oder Autofight ist einfach in die Kämpfe um einige schwieriger. Zu gewinnen ist... Ist schon ein Knochenjob. Normalerweise, wenn jetzt ein Gegner, was ich, noch ein Viertel leben mag. Und du weißt, dass du eine Attacke, die du wunderbar einsetzen kannst, oder zum Beispiel hier jetzt, du setzt einfach die Ulti ein. Verliert zwar Messbrett dann ein paar Leben, aber du könntest ihn killen. Wenn du das weißt, die KI entscheidet anders, wie ihr jetzt hier gesehen habt. Deswegen finde ich das ganz interessant. Zum Beispiel hier wurde jetzt die Ulti eingesetzt. Wir sind kurz vorm Verrecken. Also die Ulti rausgehauen, Messbrett gekillt. Aber leider haben wir einen Kampf verloren. Sehr, sehr schade. Also haben wir insgesamt drei Pokémon mit Messbrett verloren. Und einen Kampf. Momentan sieht das ähnlich aus wie bei unserem Miluetta. Eigentlich hätte ich nicht vorgehabt, dass ich T-Kampf hier jetzt auch noch verliere. Keine Chance. Ich glaube, ich wechsle hier mal. Okay. Ein Kampf gewonnen, ein Kampf verloren. Zwei von drei haben wir bereits. Jetzt kommt der dritte. Und jetzt bin ich gespannt. Hier haben wir einen Genesack im Team. Hier nehme ich meine Swords of Justice und hier mein Eis-Team. Ich weiß schon, ob wir uns dagegen bewahrten können. Selbst wenn es Messbrett verlieren sollte in alle drei Verrecken, hat es nur insgesamt sechs Pokémon verloren. Im Vergleich zu Miluetta, das insgesamt sieben verloren hat. Somit würde Messbrett vorne bleiben. Aber ein Sieg wäre natürlich auch ganz schön. Das gefällt mir gar nicht, dass unser liebes Theoxys gestunnt ist. Und da ist es wieder. Oh, jetzt setzt du gar schon die Ulti ein. Ja, schön. Das ist nämlich ganz gut, wenn man Guardian Spirit hat und man setzt die Ulti ein, was eigentlich der Messbrett töten sollte. Dann wird einfach nur das Guardian Spirit entfernt. Damit sind hier im Zusammenhang mit Messbrett Pokémon einzusetzen, die zum Beispiel Guardian Spirits MTD hervorrufen können. Oder einen ähnlichen Effekt, als Beispiel Ho-U, Selfie, dann ist liebe Selevy, auch Kildeo beispielsweise. Das ist halt dann einfach nur in jeder Runde. Oder wenn man halt dann eben das Schild aktivieren kann, dann müsste man einfach mit einem anderen Pokémon die Ulti hinsetzen. Und alles wird gut. Ach, wisst ihr was? Wir machen das hier auch im Autokampf weiter. Hier ist es egal, aber... Ja, ich finde es einfach ganz passend. Finde ich cool. Ein Rock-Artser sieht man sehr, sehr selten. Ground, ja, wegen Godon. Aber Rock... Ne? Wirklich schon eine Besonderheit. Und vor allem, ich bin gespannt, was er macht. Er hat ein gutes Team. Das Portal ist auch... Hier seht ihr, es ist relativ stark. Gerade gegen unser Terrakium. Aber ich bin gespannt. Jetzt die Ulti. Und Artois down. Sehr schön. Als nächstes hoffe ich, dass sie gegen das Portal gehen. Dafür wird es umgeändert. Aber das ist ganz nice, wenn ihr erstmal einen Pokémon auswählt, sodass dieser gelbe Pfeil über dem Pokémon ist. Und danach geht ihr auf Autofight, dann greifen die alle das Pokémon weiterhin an. Finde ich super. Okay, also wir haben jetzt hier Massbit gewonnen. Ei, zwei. Ach, doch, zwei. Ich bin gerade nicht gewonnen. Verloren, drei Pokémon. Ähm, momentan. Es ist von Miluetta. Aber hier, wie gesagt, ihr denkt, dass die KI zwar etwas anders handelt als sonst, aber normalerweise, wenn die Ulti ready ist, setzt die KI auch die Ulti ein. Das macht sie hier in dem Fall nicht. Doch, es gibt auch Ausnahmefälle. Deswegen solltet ihr trotzdem Massbit mit Vorsicht genießen. Aber jetzt freue ich mich dann erstmal auf das dritte Pokémon, nämlich auf Cresselia. Und dann schauen wir, wer ins Finale einzieht. Und vor allem, wer den Titel oder den Platz in dem Psychotipel an der Seite von Dioxys und Tapulele sichert. Bis dahin noch einen schönen Tag und ja, noch viel Spaß. Bis dann.